Schon wieder hätte gewischt? Oh, hier ist ja ein Stromkabel und das sagt er mir nie, ey. Wo seid denn hier? Wo bist denn du? Warte mal kurz, hier gibt's was zu fressen. Wie bin ich denn jetzt immer? Wo seid denn hier? Ich bin hier. Wir sind ganz in deiner Nähe. Wo, 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 ich brauch eure Hilfe. Ey Sven? Ja? Da hatte ich ja heute ganz schön enner in den Arsch gefickt, wa? Boah, ich hab auch gedacht ein Ausdruck. Oh ja. Wie bist du jetzt wieder durchgekommen? Achso. Hier sind Schläger, helf mir mal. Wo bist denn du? Guck doch mal auf der Karte und... Wo ist denn der Sven? Ja, wir laufen schon hin. Ja, aber da haben... Ich musste aber erst die Seite neu laden, damit ich das mal gesehen habe. Ne, also der ist mit über 5.000 Soldaten gekommen. Nur knapp 6.000 Soldaten. Dachte, wo hat er die denn her? Dachte, wo hat er die denn her? Ja. Hier rein. Wo denn? Hier oben ist doch einer. Hier oben Sven. Hier. Hä? Bin ich blöd? Guck mal wo mein gelb ist. Ja. Mein gelbes Ding. Ach hier! Sein Ding ist gelb? Ja, mein Wäschchen. Mein Ding. Ja, ich wäsch schon. Nee. Du und ich war... Du, äh Matthias. Hier ist er. Ich war hier froh. Ich hatte hier... Durch diese Quästen, was er gab, die jetzt ja diese Aktion, die er hat... Hatte ich ja dieses blaue Ding geklickt für die Verteidigung. Die großen Turmen. Das Infizieren? Die Bastion? Die Bastion, meinst? Ja, das blaue Teil halt. B-S-A-B-A-S-V-Bastion oder sowas in der Trähe. Komm mal hoch, wir sollten hier ne Tür aufmachen. Was? Wie soll man rüberkommen hier? So wie ich spring... Dirk, hast du auch mal was für mich? Hast du denn? Ja. Hier die... Nein! Ja! Eigentlich wollte ich mir... Es wurden wieder Fehler gemacht. Ich wollte mir gerade von Dirk einen Schuss geben lassen. Nein, da kommt er her. Nee, das verhindert dich schon. Du kommst den Schuss? Du musst mal Taschenlamp einmachen, sonst... Ja, ich wollte mir einen Schuss setzen lassen von Dirk. Oh, oh. Ich hole den Knopf aus raus. Ist das ne Hexe wieder oder was macht das so komische Geräusche? Das ist doch ein Schreier, das ist ein Schläger. Hier, lass mich fressen. Oh, oh. Ist das ne Hexe wieder oder was macht das so komische Geräusche? Das ist doch ein Schreier, das ist ein Schläger. Hier, lass mich fressen. Ja, das ist es. Was? Teamer? Schleisch! Die Fähigkeit zu aktivieren ist versuch zu werden. Wo sind die Nächsten? Obersi hat gerade explodiert. Auf was hab ich ihn geschossen? Auf dem Fass? Obersi atmet mich gerade hier hinten ein und ich mach gerade die Tür auf. Ja ich komme Dirk, ich bin da. Ich hab nen Katana an der Porte. So hinter der Tür ganz. Oh ne ich muss nur einen gebrochen nehmen, die taucht am Wunsch. Wieso, was hast du denn? Dieses Beil ist noch nicht stark als mit der Lust. Machst du die Tür auf oder was hast du? Warte mal, die war gerade durchgeklitscht. Hinter dir! Ich weiß, ich hab ihn gehört. Ich hab ihn gehört, Dirk. Müssen wir umgucken, ob wieder hier irgendwas ist. Jaja, ich hab nen Inhalator gefunden. Schmerztabletten hab ich für den erstmal und die Medizin hab ich für den gefunden. Jaja, ich hab nen Inhalator gefunden. Meine Taschenlampe ist jetzt aus. Oh, das... Äh, komm her, ich hab noch... Meine funkelt noch. Ja, aber das seh ich doch nie. Das ist doch wieder so komisch. War das nie... War das nie so, dass wir jetzt das sehen konnten? War das nie so? Nee. Man sieht bloß diesen Schimmer um, wenn du meine Taschenlampe an hast. Ach so. Nimm doch dein Flammding. Äh, Sven? Ja? Hast du nun rausgefunden, was dich hier, ähm, explodiert wurde? Da ist nicht gesehen. Boah, wer da mit der Panzerfaust oder Po? Oh, wo bist du überhaupt? Ich hab hier große Universalachs. Was ist das? Lappen. Ich will erstmal hier umgucken. Warte mal, Taschenlampe muss ich hier eigentlich wegnehmen. Dirk, hier müsstest du reinkommen. Hier wäre also ein Universalachs. Ich komm hier eh rein. Ich komm hier eh rein. Och hier ein Ehepaar niedlich. Dings, Dings nebeneinander. Ja. Wo ist die? Warum müssen hier alles? Hier drinnen. Hier drinnen in der Kiste. Ähm, warum, warum müssen hier alles unter Wasser? Die ist überhaupt besser als die, da tausche ich mit der Clown. Äh, du musst aber, du musst aber mit, äh, du musst aber bedenken, dass du, ich sag schon, dass du die Ausdauer damit abgezogen kriegst. Ja, ich weiß. Und auch wenn die Tür vor mir zu machen, dann kriegst du auch die Ausdauer. Abgeknüpft. Hier waren wir schon hier hinten gerade. Warte mal, hier war da was, hier war da was. Wir sollen die Medizin denn oben geben, hat er gesagt. Alkohol und Fleisch liegt hier. Ja, das ist gut. Ach, das ist aber so ein Fleisch. Ich dachte, das ist das zu fressen. Hier ist morgen ein Cocktail. Wo denn? Unter der Treppe. Ich komme. Gibt's hier was zu fressen, Dirk? Nö, ich sehe nicht, das ist bloß ne Kiste, aber ist ein Knüppel. Ich hör ja dauernd irgendwas, Brüll. Ja, da ist der Infizier draußen. Gleit die Schrottwürttte raus, ne? Warte mal kurz, warte mal kurz. Er hat ja wohl noch gebissen von den Nachbarn, hat er da angefangen. Schrotze ist draußen. Okay, gehen wir? Ja. Mach, 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 mach doch. Lade erstmal nach, ne? Lade erstmal nach. Ist doch. Ach so. Ihr habt immer noch Fehler gemacht. Du, du hast Fehler gemacht. Nein, das wo das denn bei mir steht da, aber alles perfekt. Das steht bei euch bloß da. Ach nee, was hast du denn da gerade gesagt? Der ist doch bei Kapitel eigentlich alles recht gut. Bei euch das bei euch Ladebildschirm ist ganz unten im Klaffen. Lalalala. Lalalala. Was soll ich denn die Medizinbinder mal infiziert? Ich wollte mich gerade umgrillen. Wer ist infiziert? Mit der hier draußen, wo die Medizin eigentlich geholt haben. Kommt mal mit. Geil, die tanzen in der Luft, dass die getanzt worden ist. Womit? Zu dir? Es ist spät. Was waren dort? Nichts? Doch. Nein, ich wollte das nicht alleine gehen. Ist schon wieder ein Mähenschläger. Wo seid ihr denn hier? Wengels? Unten. Ich komme nicht mal vorbei, oder? Doch. Nee. Ich komme nicht vorbei. Ich komme nicht mal raus. Ich bin gefangen. Wo bist du gefangen? Ja. Wer immer hat das aufgefangen? Ey. Aua, aua, aua. Was los? Warte mal, komm mal her, Dirk. Komm mal her. Bei mir geht's doch besser, Dirk. Warte mal, ich muss mal ne andere Waffe nennen. Ich tue nur Schaden mit euch dann da durchmachen. Ähm, Dirk. Bei mir geht's doch viel besser. Ja. Ja. Ich hab doch 100%, ähm, plus 100%, ähm, plus 100%, ähm, auf Heilung hab ich doch. Der hinten steht doch auf, oder? Ich geh mal hier hoch, guck. Ja, tu das. Ich hab doch plus 100% Heilung. Wir müssen doch in 200m oder so was Metern, oder ist das falsch? Hier ist bloß so eine Riecht gesichelt drinne. Was für eine? Ja, so eine normale halt. Nicht grad was Blemmswertes. Nee? Okay. Also, also jenseits der 3000, ja. Ja. Weit. Ja, okay. Ist ne Kiste, weil ich habe ne Granate drinne ist. Ich auch? Cool, nimm mal, klein mal. Äh, weil ich habe meine Katana auf über 3000 Schaden. Echt? Über 3000. Über 3000. Über 3000 Schaden. Wir müssen wieder runter in Suche, so wie das Haus. Ich mach dir, ähm, wenn ich... Wenn ich... In kleiner Nähe von der. 160m. Wenn ich morgen dran denke, mach ich mal... schick ich dir mal ein kleines Video. Davon. Oh, ne Hexe! Ne Hexe! Anschießen! Aaaaaaaah, ich will hoch! Aaaaaaah... Zu spät! Zu spät! Zu spät! Komm jetzt! Ich bin tot! Zu spät! Danke Dirk. Boah, Nii. ich bin weg tut mir leid ich wollte mich runterbeugen und da hat mich die hexe wieder angeschrien wie gesagt hätte hätte es wenn geschossen dann dann wir müssen doch hier lang weil ich überhaupt ihr seid immer noch bei der hauptquist ich habe warte mal kurz ich hab den hier und dort eine splitzel müssen wir uns reinstellen eine stunde was wollte ich jetzt gesagt haben dass du morgen ein kleines video schickst ja genau von dem von dem bei den feuerwaffen habe ich extrem gehört ja ja deswegen ich bin jetzt auch auf die feuerwaffe umgestiegen ich will dort auch mal endlich gelevelt haben ich habe so ein großes schade nach hinten ach ein renner hey donny warte mal geht weg schießen mal ein schießen ich wollte gerade wegdrehen und das schießt schon das gibt es doch gar nicht danke dir danke dir ich wollte gerade sagen schießen ein erinnerungsfoto ich wollte das geld nie jetzt wie gesagt wenn ich brülle geht weg müsste wirklich so schnell wie möglich weggehen ich wollte gerade weglob so schnell konnte ich hier niederhaus gerade so weg und schon hast du geschossen januar er hat dann nicht viel zeit wenn ich schieße da liegt doch was wartet mal kurz ich muss meine schrotze wieder aus ausdingen ist oben was ne oben waren wir schon da ist dieses ist dieses komische bäume pflanzen alles was hier gibt es irgendwas zum klauen ich habe hier viele hände mal hier wo drüben hin halt wo seid denn ihr wir sind hier aber ich weiß nicht wo der hände ich wollte dort aufs da warst du das jetzt ne warst du das jetzt ja war ja bloß eine frage hier war da irgendwas gerade ne ne ihr kennt snack wein edler wein von 1977 ich krieg die schrotzenflinten munition hier ja ich will den auch haben haha wein den bein habe ich so oft gesammelt von mir aus oh wo else hier weg oh mein gott der warnt dich nicht der warnt damit du warst du nicht mann ne du bist weggeflogen hast du keine muni mehr Sven doch doch ich hab mal gut weil oben lag muni rum hinter dir ich will ich hab keine ausdauer mehr gehabt ausdauer hilfe ich hab noch energie voll gut weil du weggeflogen bist deswegen frage ich war hier nie oben die omi was für eine omi die uns vor allem die beschissen hat wo sie sagt hier ist gefahr hier gibt es was zu fressen wer braucht hier ist sogar karte wir müssen aber hier lang warte mal lass mal gucken ob wir hier vielleicht äh ich hab hier irgendwas in 50m, ich hab irgendwas mit 50m ich hoch das ist die quest ich bin jetzt zu gut, Martin mach hoch schon wieder ein ramper, ich hör schon wieder so einen großen ramper ja ja ich geh schon mal hoch da ist er sichel hab ich hier drinnen hu 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 habt ihr ihn gefunden? ja wir haben ihn gefunden aber wie gesagt oh ich wollte gerade wegführen gibt es doch nie so hast du ausdauer? ja ich hab ihn, ich hab ihn scheißen dreck ja toll ja toll toll gemacht ja vorsichtig warte warte, das lässt mich was ist jetzt los? turn weg warte, du musst weg sein wie ist es dunkel? ich hab einen stufenaufstieg glückwunsch bei euch auch tun weg oder ist das nur bei mir? bei dir, ähm bevor du machst ich will meinen stufenaufstieg machen wie soll man jetzt Dings machen hier? ähm wäre mal eine möglichkeit wäre mal eine möglichkeit, aber ich will erstmal meinen stufenstieg machen dann gehen wir mal hier hoch oder die Leiter hier hoch, dass wir hier sicher sind hä, wo gibt's denn hier Leiter? hier oder? bin ich blöd oder was? ja auf dem Dach am Balkon oder ich weiß nicht was das ist oder? äh guck mal nach oben ich hör nicht mehr, der ist blind, da? hier ich hab's gefunden wir sind hier ja ja du mich auch hier ist ja jemand hier oben verkauft Bauteile ja was denn alles? weiß ich nicht, ich hab bloß die grad hier rumschwingen gesehen Klammer, Batterien, Seife, alles mögliche dann machen wir jetzt erstmal kurz mal hier oder? auch Metallschrott? jetzt oder was? ähm was hab ich damals gesucht? Brochenschwanz ja genau ähm lass mich mal hier hin Dirk lass mich mal rein ach du sollst mir aber nie ans anderen nein so jetzt vergebe ich noch meinen Punkt und dann können wir's machen wenn ihr einverstanden seid ok, naja ich muss hier irgendwas gucken nämlich was willst du denn gucken? was vergibst du denn? einen Punkt ja wir wasten, wir wasten was er nicht hat, Leistung und Fähigkeit genau genau Ausdauer und ja Schnetzeleien und alles drum und dran hey steht Kodi dort ja mit dir nie auch bei mir nee weil ich weil ich so ein Noob bin, weißt du das gibt's da nie das ist nicht wahr mach einfach Augen zu und drück irgendwo am Knopf no also können wir ja ok können wir drücken